Cottbus wird ausgezeichnet. Die Stadt Cottbus ist Preisträger im Wettbewerb Kommune bewegt Welt. Ausgezeichnet werden kommunale Beispiele zu Migration und Entwicklung. Die Gewinner teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 135.000 Euro. Der Wettbewerb findet seit 2014 bundesweit im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Radler auf der Zielgeraden. Die Teilnehmer des Stadtradelns wollen die 200.000 Kilometer-Marke knacken. 947 Radler haben sich seit Anfang September registriert. Über 150.000 Kilometer sind schon zusammengekommen. Noch bis Samstag können alle Cottbusserinnen und Cottbusser mitmachen. Damit soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung in Cottbus gesetzt werden. Bewerbungsphase für Nachwuchsmusiker. Junge Musiktalente können sich ab sofort für den Regionalwettbewerb Jugendmusiziert im nächsten Jahr bewerben. Bewerbungsschluss ist am 15. November. Im Januar 2021 starten dann die Regionalwettbewerbe. Die detaillierten Ausschreibungen findet man unter jumu-brandenburg.de. Jugendmusiziert ist der größte deutsche Nachwuchswettbewerb.